Bildungsgerechtigkeit ist die Frage der Startchancen. Bildung ist heute noch sehr stark abhängig von der Herkunft und dem Einkommen der Eltern. Ich würde mir wünschen, dass alle Kinder, egal welcher sozialen Herkunft, also einkommensschwache Umgebung genauso wie einkommensstarke Umgebung, eine Chance bekommen, einen guten Schulabschluss und einen guten Bildungsabschluss zu machen. Es gibt das Kooperationsverbot, das heißt Bildung ist Ländersache. Und der Bund darf nur dort Geld in die Hand nehmen, wo er gesetzliche Zuständigkeit hat. Ich halte das für falsch. Ich glaube, es ist wichtig, dass der Bund Investitionen macht, einheitlich bundesweit in die Substanz, das heißt in Bildungsinfrastruktur.